Moin zusammen und zur nächsten Folge von Let's Play X4 Foundations. Ich bin gerade den Nopelios Glück angekommen. Das sieht ja geil aus. Und ich will mich hier heute mal ein bisschen genauer umschauen, was ich hier so alles fabriziert habe bisher. So dubiose Faberfabrik. Jetzt mal reinschauen. Jetzt produziert sie ja selber. Ich überlege, ob ich das Ding erweitere um eine Gewürzfabrik. Es wird ein ziemlich großer Komplex werden, aber für mich müsste ich das nicht besorgen. Ich überrasp. Ich überrasp. Ich überrasp. Ich überrasp. Oh, Lali. Ich überrasp. Ja. Ja, ähm, okay, also, ähm, ach Gott, haha, es hat funktioniert. Ich hab meine Fratze jetzt als Logo auf den Schiffen, haha, vom Kanal. Haha, das ist ja geil. Haha, okay, ja. Ach, das ist der Merkur, der die Gewürze gebracht hat. Ähm, ja, würde ich auch gleich nochmal zurückschicken wollen zu unserer Gewürzplantage. Unsere hiesige Schiffswerft nimmt schrottreife Schiffe zu günstigen Konditionen in Zahlung. Ich hab das einfach mal ausprobiert. So, äh, also, du fliegst jetzt zurück zur Gewürzplatte. So, äh. So, äh. So, äh. So, äh. So, äh. So, der ist unterwegs. Äh. Ich will die Lager mit Gewürzen erstmal auffüllen. So, äh. Wir haben ja eigentlich eine Gewürzfabrik, deswegen. Aber man spart sich dann halt dieses hin und her fliegen. So, äh. Weiß noch nicht. Mal gucken. Ich weiß noch nicht, wie wir das machen. Schluck. So. Ah. Ah. Eskalt. Ähm. Ja. Ich würde das aber dann doch irgendwann schon machen wollen. Eine Gewürzfabrik hier hinstellen. Später brauchen wir ja eine Wasserfabrik, soweit ich weiß. wenn ich dieses blueprint für die raum sprit brennerei das müssten wir dann hier kriegen das raumfahrt büro bittet um beachtung denken sie daran ihr schiff regelmäßig zur inspektion in einer unserer schiffswerfen zu bringen das ist eigentlich alles So. Hat er auch was zu tun? Das sieht faszinierend aus. Ja, ansonsten sammle ich halt Geld, um wieder eine kleine Flotte aufzubauen. Ansonsten, um den Kampf gegen die Centern, das glaube ich, zu ziehen. Dauert natürlich noch ein bisschen. Ich habe jetzt im Moment eine Million. Neun Millionen? Liebe Eltern, bitte achten Sie auf Ihre Kinder. Und? Bisschen Asche brauchen wir. Äh, öfters. Zahmle. Oh. Durch das, was er die Kräuter jetzt abziehen oder Gewürze, hat die natürlich nicht mehr so viel zu tun. dice"? missionary. sch Ein bisschen. Was? Was? Ich bin was. Hm. Zweiter Kontakt. Äh. Da muss ich sowieso noch mal durchgehen. Das war was Sinnvolleres. Kaffee kann man ja. Liebe Eltern, bitte achten Sie auf Ihre Kinder. Luftschleusen sind kein geeigneter Spielplatz. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. da müsste man vielleicht hier ein kreuz hin machen als verbindung kreuz und dann diese dings dran setzen ein bisschen geld will ich noch sammeln für die flotte erstmal bauen unser micro vollgeladen ... ... ... ... Halt, na, falsch, ähm, hier wollte ich... Wir werden sehen, ich werde das erst mal hier von der Station direkt verkaufen. Ich würde ja eigentlich das an die Handelsstationen bringen, aber ich weiß noch nicht. Ja, dann würde ich aber mal sagen, das war's für diese Folge. Also ein bisschen wieder den Einstieg in X4 finden. Wir pushen jetzt erst mal wieder unsere Station, vor allem diese hier. Und sammeln Geld für die Flotte. Ja, gegen die, um die XM, ich hieß nie, glaube ich, zu bekämpfen. Vor allem von dem Teladi, die Handelsstation mal zu besuchen. Ja. Das ist das usual, ne? Bedanke ich mich, bis zu schauen. Und bis da eine schöne Zeit, ruhige Woche. Und tschüss.